Gute Nachricht nach dem Messerdrama an einer Schule in Berlin-Neukölln. Zwar steht Berlin weiter unter Schock, doch ein schwer verletztes Opfer ist außer Lebensgefahr. An der evangelischen Schule Neukölln klettert ein unbekannter Mann über den Zaun und sticht auf einem Spielplatz auf zwei Kinder ein. Die beiden sieben und acht Jahre alten Mädchen werden schwer, eines sogar lebensgefährlich verletzt. Weitere Kinder, die auf dem Spielplatz sind, müssen das Unfassbare mit ansehen. Kurz nach der bestialischen Tat tritt Berlins Bildungssenatorin sichtlich geschockt vor die Kameras. Das, was wir bis jetzt wissen, ist, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, um einen Erwachsenen-Einzeltäter. Das ist kein Fall von Jugendgewalt. Ob er die Mädchen kannte, werde noch ermittelt. Zum schwer verletzten Mädchen, das auf die Intensivstation eingeliefert worden ist, gibt es jetzt Entwarnung. Sie befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Nach der schrecklichen Bluttat steht Berlin immer noch unter Schock.